Schönen guten Tag, heute ist der zweite sechste und wir sind in Linz und zwar am... Wie heißt der See? Pichlinger See? Und zwar alle zusammen! Und zwar alle zusammen! Dass wir überhaupt hier sind! Dass wir alle hier sind, also sprich vor allem, dass ich auch hier bin, hat fast mit einem Zufall zu tun, weil die Hinreise war abenteuerlich. Wir haben das... Hinreisende. Die hinreißende Hinreise, mitreißend auch. Ich werde mich fast nicht mitgereist. Aber das haben wir auf den sozialen Netzwerken festgehalten. Ich kann das mal ausschnittweise hier zeigen, was da passiert ist gestern. Jan Dirk ist jetzt gerade hier beim Umsteigen in Frankfurt. Geradewegs ist irgendein ICE eingestiegen und der fährt ihn jetzt nach Basel statt an Linz. Und wir stehen hier. Oh no! Oh nooo! Oh no! Irgendwo darf man nie fahren, da hat immer nur Pech mit der Bahn. Ich bin wieder da Leute, ich bin nur einmal hinten rum gefahren. Und hier im Hintergrund spielen gerade Rent to Kill und Covern Rancid und sitzen jetzt hier mauschelig unter den Bäumen, um so ein paar Sachen zu besprechen, zum Beispiel, dass man in die richtigen Züge steigen sollte, wenn man nach Linz fahren will und zwar nicht in die Schweiz, sondern nach Österreich, möglichst. Und ansonsten arbeiten wir noch weiter an dem Set für heute und gucken mal, was der Tag noch so bringt. Was sagst du dazu? Ich hab einen Winkelstock gefunden. Guck mal, wirklich zwei Winkel und der Winkelstock. Ja. Ja. Ja, gerne. Hier. Hier läuft es sogar noch. Gibt es da gar nicht so einen Ton drauf? Ja, klar ist der Ton drauf. Tschüss, Linz. Na, tschüss, man hat sich gemacht. Und dann hat er normalerweise eine Reise gemacht. In der Kiste hat sie gereist. Ist sie gereist? So wie ich gestern. Ja, so wie du. Wilde Reise. Tschüss. Tschüss. Mua.